ich kann es sehen ja mit der Gleitschneider vorliegenden ist dann kommt das du halt global offensiv video hier auf unserem kanal und diesmal ist der liebe steve nicht dabei aber wir haben einen anderen Kollegen dabei er ist der liebe dave und nein ich will das spiel nicht weiter counter-terrorist natürlich ich kann nicht machen ist das bei dir junge hammer was ist so warum bist du jetzt terror bei den terroristen jetzt bin ich schon bei den terroristen jetzt bleiben wir einfach mal hier mene gott was wir können erstmal im team danach oh oh mein kind warte ich muss ja das war mir jetzt egal ich muss die lautstärke leiser machen weil das tut mir wirklich die ohren weg so wir sind nicht im selben team so weg mit dir ja welches bild hast du warte warte ja okay wir sind gleich team er geht andere mit wollen als ich hatte den so aber ich kann nicht zu den Counter-Terroristen lässt weil sie da das Team voll haben und mann er wird oder ich werde oben nicht an das so dass das ja auch werden verurte genau am Ende okay guter Stadt wird der neue Map rein ich gehe dann zu den Antiterroristen die du zu den Terroristen mach auch Lake und zu spät Kind! Tja. Oder lass das mit dem Bombenlegen machen. Ja, Junge. Was? Gleich, erstmal noch das Team Deathmatch hier. Ja, okay, dann machen wir erstmal... Dann musst du mal einen Modus-Umlegung machen, ne? Ja, mach ich dann. Ja, weißt du, ob das geht? Nein. Ich hab keinen Plan. Aber ich kann's mir denken. Junge, da kommt jetzt die ganze Zeit Werbung. So, ich bin Anti-Terror. Why you may? Kinder! Ey, du scheiß drauf. Alter! Leck mich! Och, Kinder! Ey, mein Gott! Schon direkt anerledigt, Alter. Mh, richtig fetten Handy gegeben. Nein, du bist Zweiter, ich bin Dritter. Ach, leck mich im Arsch. Was hat der auf dem Fett ins Ding, Alter? Damit macht der alle... Kann der Pizze nicht. Und Teil hier, mach das. Kinders! Mein Gott! Nein! Junge! Leck mich! so weg mit dir bist du tot es ist so was von egal kommt zurück ich warte auf dich warum stirbst du vor dem stil kommt er konnte so er ist an den festen Heli gegeben so er ist nach Fett den nächsten gespielt auch Kinder Mist. Errungenschaft freigeschaltet. Hey. Junge, der hat immer die CPUs. Oh, nice. Einen richtig fetten Headdy gegeben. Boah, du Kumpfer. Scheiß Bulldo. Mist. Ja, wieder mit einem 4 unterwegs. Ich glaube, er hat einen mit dem Sierge untergebracht. Das ist eine Auge. Tja, den habe ich erledigt. Dem MG. Das bist du. Ich will dich töten. Ja, ich will dich töten. Richtig fett. Weggemacht. Ich habe nur noch 16 HP. Übrigens, wenn man ein Hühnchen tötet, kriegt man auch Punkte, ne? Ja. Ja, dann kriegt man einen Punkt. Jawohl, du Spruchtel. Nice. Wieder einer weg. Uh, da kommt er von hinten, der Jormam, Junge. Der Jormam, der... Der geht ab, der Junge. Oh, scheiß Gang Neppel. Boah, ist der weg, das Mensch, Alter, ey. Jawohl Gang Neppel, ich habe hier vollständig. So, der hier ist mal fällig gemacht mit der... Gang Project 90. Hey, wo bist du die ganze Zeit über? Ja, ich tolle habe ich. Tja, ich auch. Oh, Junge, ich hab's noch. Oh, du hast so Gegner... Du hast so Tüten, die sind so overpowered. Mich zum Beispiel. Pff, oh, was? Ich laufe hier mit meinem Kollegen durch die Gegend. Junge, schießt er erst mal auf meinen Kollegen. So, Hühnchen aus der Gefest gesetzt. Junge, ich will meine Waffe nicht untersuchen. So, das war's mit dem. Junge, der sagt mir die ganze Zeit, drücke, halte, F! Oh, ich hab den Bulldo, sag ich zu mir. Ja, jetzt halte doch mal, F, um deine Waffe zu durchsuchen. Das sagt der mir schon die ganze Zeit über. Das nervt richtig. Junge, du gehst zu zweit. Junge, heißt der Liesch auf Lesbians. Bist du gehört? Mist, ich bin nur noch knapp vor dir. Ja, Junge, du bist knapp vor dir, weil du bist immer zu dritten. Och, Kind, das ist meine... Ja, ich hab's, nein, ich hab's. Was? Wo seid ihr alle? Boah, Junge, leck mich doch. Der ohn, immer für zwei, immer für zwei. Immer. Boah, Ingo, du Stück Scheiße. Wie das immer mal wieder im Spiel dann so plötzlich ganz ruhig wird. So ganz ruhig dann wieder so um, boom, boom. Junge, jetzt so du es. Du darfst einfach abkacken halt, ne? Och, Kind, ich finde gar keinen Gegner mehr. Ich laufe hier die ganze Zeit durch die Gegner und finde keinen Gegner. Oh, hier wurde einer richtig fett weggesnipert. Nein! Junge, Leech of Lesbians. Der Leech of Lesbians, ne? Junge, ich finde keine Gegner. Junge! Fuck! Hm, kein Handy gegeben. Oh, da ist da rechts noch einer. Nice, weg mit dir. Nice, weg mit dir. Richtig fett ein Handy gegeben. Nein, Mist. Jawohl, meine Lieblings-Shotty. Schotty? Schotty. Jawohl, Dosa. Ja, na, na. Guck, guck. Oh, das warst du da vorne. Na, na. Sie facken auch da. Leck dich irgendwo. Na, komm. Nein, wie kann ich dem verfehlen? Ja, ha. Kind. Oh, was? Oh, was? Kind. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, Kind. Dann, die Junge, dieser Toasty, ne? Der, der geht ab, der Junge. Jawohl! Double-Duel-Baretas. Jetzt kütt die Wurst. Junge Bulldozer, ich hasse den Typ. Der Bulldozer, der kann das, der Junge. Och, geh in der Jormarm. Junge, wie die... Wie da so die Gegner sind, du schießt irgendwie so die ganze Zeit auf die, die schießen so einmal und geben dir ein Heddy. Richtig behindert. Weg mit dir. Junge! Hauptsache, ich steh hinter nem Hühnchen mit der Shotgun. Schieß dem. Brauch zwei Schüsse, um den zu eliminieren. Junge, warum soll der nicht immer den Trailer sitzen? Nein! 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 Mist! Mit so ner Underwater-Clock. Mist, da hat er denn der Shotgun. Schwer. Mach 7. Ei! Junge! Kind! Junge, wie die immer so nur einen Schuss brauchen, um dich zu eliminieren. Ja! Richtig asoziale Wichser. Kind! Und wie die alle so bellen, dass wir da Sniper sind. Und du selber so... Junge, was halten die aus? Ich hab den Zehmer in den Kopf geschossen und er hat noch mal geflogen. Ja? Och, Kind. No. Na bitte. Habe ich auch mal wieder einen Kill. Junge, ich will meine Scheiß-Waffe nicht untersuchen. Nice! Na wohl, Joga. Ja! Ja, du auch. Och, Kinders. Boah, Double Kill, ey! Nein! Junge, der Toasty! Der Toasty, der regt mich richtig auf! 19, du hast 18, jawohl! Und 19 hat ich tot und du 25. Noch an Bord. So! Los, alle auf Inferno! Ja! Inferno! Komm! Komm, 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 komm! Nein! Fuck! Ja, Mann! Ja, du Diggas! Junge, was bist du für einer? Entferno, jawohl, die Map ist gut, einigermaßen jedenfalls. Nein, ich habe jetzt mal nur so geil, ich bin da so Russen, ne, im Spiel, unterhalten die sich, die hat halt, diesmal bin ich traurig für mich. Ja, okay. Junge, immer diese Scheiß-Werbung. Ich bin da so Russen, ne, unterhalten die sich, die hat halt, meint einer so, halt die Schnauze, ne, meint die Russen so, öö, ne, und halt der Typ so, Vladimir Putin, Lutz-Steyer! Junge! Na, das für welche? Voll geil. Gehst du nicht, warum, ne? Hä? Weiß nicht, warum, den, Vladimir Putin, Lutz-Steyer, ne? Immer mit, egal. Junge! Oh, okay, das ist meiner. Hast du das grad nicht mit mit, mit Ektion und so weiter? Hast du, dass du dich mitbekommen mit dem, und dass er dein Opalina angeht und so? Doch schon. Ja, also. Jawohl, Beihilfe zum Tod. Lass ihn, wo auch noch mal drauf hätte. Okay, das ist meiner. Oh, mein Gott. Ja, ja. Ja, aber es ist dann ja auch ne andere Map. Hm, Hammer, ich hab dir ein Handy gepapast. Och, schade. Nein. Dave, erst mal fetten. Boah, Ingo, du Stück Scheiße, oder? Junge, die Sniper hier ist Hammer. Und ich hab' nen Punkt bekommen, warum, weil ich nen Münze zerschossen hab. Ja, ich hab' ja gesagt. Nein, Mist. Ich hab' ja gesagt, dass die, ähm, Hühnchen auch was zählt, war das die, oder? Junge, die sagt, wie du krankenscheidig bist. Die muss das sein. Junge, die war das nicht. Junge, welche Waffe war das denn? Boah, ich hab' grad ne Empfehl mit Schalldämpfer. War das die hier? Ja, ich glaub' die hier war das. Ein Empfehl mit Schalldämpfer als Batters. Junge, von wo, von wo, von wo? Nein! Mist! Nein, nicht abwarten, du Scheißhausen. Neue Scheißerfahrt, war. Kind! Ja. Na bitte. Die Sniper hier ist einigermaßen gut. Die kann mehrmals hintereinander schießen. Dennoch auf Reichweite. Ich geh' jetzt mit meinen drei Kollegen hier mit. Nein, Junge, da steht da hinten einer, ich dachte mir schon, dass da einer ist. So, jetzt nicht mehr. Junge, hier friss an, da kommt einer von Lachuntergesprungen. Arsch. Der Chefkoch. Nice! Mit nem Beinshot. Nein! Was? Ich hab' einmal vom Handy gehalten. Ich hab' einmal vom Handy gehalten. Ich hab' einmal vom Handy gehalten. Nice. Junge, die Sniper hier ist richtig nice. Nice, weg mit dir! Ha! Der stand immer noch da. Hä? Das ist die G3 SG1. Die schießt auf Reichweite und dann kannst du noch mehrmals hintereinander mit der Schießen. Nein! Junge! Der mit der AUG. Oh mein Gott! Boah Alter, wie krass ist die, äh, ist die am Klinischal, der noch aus ist und jetzt weggenommen ist. Ja, ach! Kann aber auch, Sarah. Die ist schon schön leise dabei. Ja, Junge! Dieses Sniper-Ai geht mega ab! Ich find' ihn mal richtig nice! Mist! Hey, hier bin ich gespawnt! Junge, du Pischer! Genauer hab ich mal außerdem noch mal abgebildet. Nein! Dann hab ich mich ab! Junge, der Chefkoch! Na Junge! Ich hab' die ganze Zeit von Daisy dieses Ziel in den Kopf und drück' die ganze Zeit auf rechte Maustaste und dann schaubt ihr mal den Schein entfragen. Ja, Mann! Junge! Ich hab' diese Quickscoper! Junge! Ich drück' die ganze auf rechte Maustaste, das reg' auf! Nein! Mist! Ich bin jetzt dreimal gestorben, deswegen. Weil ich immer auf Zielen drücken will. Mit dem scheiß Daisy. Das ist nur so ein bisschen crazy! Pöch! Na du, Pischer! Junge! Hey, hey! 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 richtig sein aber richtig ich finde ich mal mega nice Junge, in dem hast du mich nicht schlecht gleich der GF-Bahn, schau dir noch mal den Bank an, verbreitelt der Schmode wie geistig ah ne ne ne, ich spiel NICE! Mit'n Nutshot war das glaube ich ja komm komm doch her Kollege, komm doch mal wieder zurück NEIN ja NEIN, da ist da rechts noch einer NEIN, Junge wie die dann immer sofort kommen so, einmal getroffen komm 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 na, da kommen wir eben NICHT oh, ich hab den getötet was sagt man dazu? JA! weg mit dir! ja man, ich hab'n gefehlt, ey bitte nach umso schlecht wir eben hier scheiß dir hm? umso schlecht und eh, eh wie in dieser Problem du? ja, Junge, äh, ich hab'n, ich hab'n dreimal gestorben, weil ich lacht drauf, recht ist das zu KIND! KIND! KNAPP ME, ich mein'n schießt meinen Teamkamerade auf mich So, wo haben wir denn noch Welcher? Junge, wie konnte der mich sehen? Der hat durch die Watt geschossen. Ach ja. Ich hab ganz in die Ecke recht und der war noch nicht mal im Griff gekommen. Du weißt, dass man durch eine Wand schießen kann? Ja Junge, der hat mich aber nicht mal gesehen. Wieso ist das nicht schon? Nein, der kann mich gar nicht sehen. Ja! Mit der geilen Sniper, Junge. Ich glaub, Igo ist ein Hacker, der ist die ganze Zeit. Oh! Nice, ich hab die Waffe... Ja! Hacker, Facker. Was? Ich bin immerhin nicht verletzter. Junge, bei mir hat der auch grad durch die Wand durchgeschossen. Warte. 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 Du Fischer. Haha. Nein! 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 Ja! Jawoll! 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 gleich ist die Runde zu Ende los 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 auch welche Abschied ich habe noch zweimal geballert das war schon wo es war er hat sich noch nicht letzter okay jetzt kommt die erste Map dann war es das mit diesem Video das Bank jawoll meine Entscheidung oh oh kein Dust ja was ja schreib rein weißt du warum ich diese Map hier wollte weil ich die noch nicht kennst du die nicht Alter die ist scheiße klein die Welt du bist du Alter ich höre nur Ratter rüber dir hör nur mal so zu Ende so ist was das ist so so Das war's. Das war's. Das war's. Oh, ich hab das die ganze Zeit nicht mehr gehört. Das war's. 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 táşs. Das war's. Die huh? Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin genau hinter dir gespawnt. Ich bin genau hinter dir gespawnt. Dasnd ich mich da rumlaufen. Du hast doch kacke, du sprichst, du stirbst direkt. Boah, Chefkoch, du Assi. Mich regt Chefkoch, oh mein Gott. Du bist Chefkoch. Mich regt Chefkoch auch die ganze Zeit über auf. Nein. Junge, wie die immer mega geil zielen. Hammer. Nein. 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 Ja, Chefkoch. So, diese, wo man hier welche hat. Nein. Schade. Junge, dieser BJ-Boyle. Ich weiß, der auf ersten Platz ist, der Kind, was ist das für ein Junge. So, weg mit dir. Und ich habe Chefkoch. Nein. Nein, da steht der Junge, dieser Wagemaster. Dieser Wagemaster. Kuckuck. Oh, kuckuck. Oh, kuckuck. Oh, kuckuck. Ich liebe das, ich spawn und dann sehe ich dich da. Dann sehe ich dich da. Einer fliegt da so von Dach unter. Oh, 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 oh. Oh, kuckuck. Oh, kuckuck. Oh, kuckuck. Oh, kuckuck. Mit dem Mion-Chefkoch. So, weg mit dir. Nein, ich habe mich wieder in die... Oh, mein Gott. Und ich habe mich wieder in die Tabelle oben reingeballert. Ihr kriegt mich nie, Schweine. Junge, wir zwei Tüben einfach auf mich. Ich bin ein bisschen besser, Alter. Na, da sind da zwei. Junge, der Wagemaster, der geht ab, der Junge. Ich bin da, Chefkoch. Hab ich da so gemacht. Was hast du? Junge. Kuckuck. Wir haben wieder gemeinsam Teamwork gemacht. Nein, oh, mein Gott. Ich finde es so bad, dass ich gucke einfach über die Straße und sehe dich. Junge. Oh, Mann. Ich weiß einfach, wie dein Skin aussieht. Deshalb kann ich dich super unterscheiden. Nein. Kuckuck. Nein, oh. Wie Hammer. Da schießt einer hinter mir. Und das ist der liebe Dave von der anderen. Oh, den habe ich noch mitgenommen. Junge, dieser Wagemaster. Das ist... Das ist mein richtig überpowert. Nein, ich will nichts in den Chat schreiben. Oh, mein Gott. Ich wollte nichts in den Chat schreiben. Kuckuck. Junge. Ich bin genau neben dir gespawnt. Junge, das ist ja, was du so machst. Das warst du richtig. Das warst du richtig. So. Nein. Ich habe wieder nicht gespächt. Scheiße, Alter. Junge, wie du dich die ganze Zeit aufregst. Und ich immer so, hallo Dave. No. No. Nice. Richtig fett weggebratzt habe ich die Junge Einer läuft hinter ein Auto Ich sehe seinen Fuß unten Baller dem in den Fuß rein Der ist weg So Lass mal Oh Die Aufnahme ist jetzt zu Ende Weil wir machen immer drei Spiele Und dann Aufnahme vorbei Also sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder Von 2 Global Offensive Dann Tschüss F10